Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Montagmorgen. Heute wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto, welches inzwischen bei 1208,34 Euro liegt, bei 1021 Euro Einzahlung. Heute ist Tag 4, bis jetzt habe ich 187,34 Euro gewonnen. Ich schaue mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir hatten heute schon wichtige News im japanischen Yen, später dann australisch Dollar, Euro, kanadisch Dollar, britisch Pfund. Und US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Wirtschaftsnews und meiner sieben Indikatoren. Ich hoffe, dass ich schnell einen finde. Passenden Einstieg. Ich halte 60 Sekunden. Mein Startrate beträgt 10 Euro. Ich halte 50 Sekunden. Oh, marine estoy shit. Das war so fails. Aber ich erzähle ich mir Hygien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sollte eigentlich gleich wieder hochgehen. Vielen Dank. Der erste Trade ist verloren. Die anderen Trades sind im Gewinn momentan. Und erst direkt. Noch 7 Sekunden. Sehr schön. Dann habe ich heute 56,88 gewonnen. Inzwischen habe ich 244,22 gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg.